So, Kohle, Eisen, Gold. Ach, Gold kommt ja schon in Diamanten, ne? Gold, Diamanten, ja. Gibt halt noch sowas wie hier, wie heißen die grünen Dinger? Emeralde. Ja, genau, Emeralds. Gut, Diamanten, Emeralds, Redstone, hm. Ich glaube, er denkt, ich nehme auf. Versteckt sich hinter einem Baum, damit ich ihn nicht filme. Das ist ja Quatsch. Ich nehme ja auf. Ja, stimmt. So, da kommt hier mal der Glowstone rein. Rein. Und hier und hier. Uppala. Pock. Pock. Bleib bei mir. Glowstone. So, hier wird's. Komm rein. Würden wir nur ohne Gutzi machen. Was? Das hätten wir nur ohne Gutzi gemacht. Ich glaube, jetzt müssen wir theoretisch wieder Monster haben. Das ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. Haustier. Drops. Drops. So. Aua. Tut alles weh. Was tut dir weh? Er tut alles weh. Vor allem das Kini. Kommt das nämlich weg, dann kommt das nämlich mit hier rein. Zack. Ich bin so gut. Dann lass ich mich weg. So. Ja, ja. Er ist sicher weg. Er hat sich bestimmt nicht nur unsichtbar gemacht. Ja, bestimmt. Ich weiß, was noch fehlt. Werkzeuge und Waffen. Waffen sind gut. Machen wir hier. Werk. Zeuge. Oder Werkzeug. Alter. Waffen. Dieses Steinschwert. Werkzeuge. Diese Steinschwert geschaffen. Holz. Spitzhocke. Bam, Junge. So, okay. Ich hab jetzt alles abgeholzt. Die Plantage ist etwas gewachsen. Ja, dann brauche ich mal das Zeuschen hier fertig. Naja, bin dabei. Kann ich nämlich hier... Ja, die Throni müssen weg. Warum? Damit man hier rausgehen kann. Hier soll offen sein. Ach, hier soll offen sein. Interessant. Oder mindestens eine Seite. Eine Seite kann vielleicht bleiben, wenn du möchtest. Und die Leiter kommt auf die andere Seite. Ach, da fertig. Ja, ich überlege gerade mal. So, Eichenholz. Zack. Ich überlege draußen vielleicht noch so eine Treppe hinzubauen. Okay. Ist das überhaupt richtig? Hält sogar noch eine Höhe. Scheiße. Weil, ist egal. Ist egal. Ich mach einfach das Dach direkt da drauf. Ja, das passt auch so. Okay. Alles gut. Ist ja nur ein billiges Lagerhaus, ne? Ja. Wir hatten gesagt, wir nehmen das andere Holz. Wo ist das andere Holz drin? Hm, noch drüben. Ja. Das meiste hab ich jetzt gerade hier verbaut für. Also, ich hab Gusti bestimmt nicht gesehen. Ja, nicht. Gar nicht. Wann sehen. Okay. Gut, dann werde ich mal ein bisschen... Weil ich werde mal eben alles wegtun. Nahrung. Wir haben gar keine Planks, kann das sein? Oder schon mal sieht das mit den Holzverarbeitungen. Nee, glaub ich, tue ich nicht. Gut, dann kommt die Nahrung wieder raus. Nahrung kommt hier wieder raus. Du machst das schon, ne? Ja, mach ich auch. So, dann... Oh, ja, gar nicht. Ich brauch das hier noch. Doch, wir brauchen einen. Wir brauchen einen. So. Nahrung kommt weg. Niemand braucht Nahrung. Planks. Nein. Ich hab alles noch auf Deutsch geschrieben, dann mach ich. Holz. Bretter. Bäm. Da rein. So, ich brauch ein neues. Was neues für Nahrung. So, ich würde sagen... Nahrung. So. Ähm. Unsere Nahrungsvorräte schwinden dahin. Oh ja, genau. Sire. Der Kornspeicher ist leer. Sire. Leute verlassen die Burg. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, wer kann denn das wohl sein? das kann ich alles cool und noch mal hier so das und das und das davon mehr ich finde das gar nicht schlecht mit dem lagerhaus ist schon okay ganz schüpf geworden also wir können ja das auch aber wir können es von außen auch mal ein bisschen verschönern finde ich was weiß ich mal einen blumentopf hinstellen oder so ein blumentopf hast du ideen junge monster drops faden spinn weben verbaut was verbaut ich verbau mich die ganze zeit sogar jetzt du wirst da bist du mir noch was nach granit es gab doch ein android nein nähe es ist ich kann ja ich in der stri 되licht granit und es gab aber noch irgendwas schreibt mir in die kommentare was es noch gab ja das ja weiß bis dahin ist ja auch schon folge zur f f five das stimmt schon So, Holzverarbeitung, das, das. Na, ich glaube, er ist so 13 ungefähr. Das. Fackeln sind auch Holzverarbeitung, ne? Ja. Äh, echt? Ja. Willst du eine extra Truhe für Fackeln machen? Das ist ja eh nur das kleine Lackhaus. Also mach ruhig eine Holzverarbeitung. Das passt schon. Dann will ich auch. Cooler. Monster Drops, das hier. So, dann haben wir hier einmal Granit. Zack. Und was wollte ich noch? Ich wollte noch. Ach, Eisenverarbeitung brauchen wir auch noch. Nahrung, Waffen, Werkzeug. Nahrung. Du kommst weg. Ihr alle. Oh, wie sieht das jetzt aus? Hier kommt Eisenverarbeitung. Zack, 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 zack. Werkzeug, zack, so. Das sieht wie aus. Oh, Holzverarbeitung. Ey, ich finde, das geht sogar. Es ist echt ganz cool geworden sogar, finde ich. Ja, warte, lass mich mal übergucken. Also hier, das wird noch nicht ein bisschen geändert hier. Wir hätten ja auch einfach mal schlafen gehen können, dann werden wir das einfach jetzt mal im Helden gucken können und so. Ja, ist voll in Ordnung, Kritz. Ich auch. So, voll in Ordnung. Es sind auch überall Treppen. Ich schmeiße jetzt auch mal unsere Holzverarbeitungskiste. Treppen da mit rein. So, jetzt hole ich mal die nächste. Fuhre. Fuhre. Dann kannst du mal aufhören mit deinem ständigen. Ja, genau. Ich versuch's. Tut immer in den Ohren weh, wenn du das machst. Es tut mir echt leid, aber ich bin halt Allergiker, weißt du. Ganz nix mal. Hör doch einfach mal auf, allergisch zu sein. Wo ist das Problem? Na, ich versuch's immer, aber es geht irgendwie nicht. Ist aber nicht stark genug. Ich habe gerade... Neh, die Pilze. Interessant. Alter, wie krass du bist. Besser nicht, ob ich das mache, aber... Würde ich aber unten noch Stützfahrer anwollen. Naja, klar. In Form von Zäunen. Hab ich vor. Sehr gut. Wolle. Wolle. Zwei Öfen. Zwei Öfen. Die könnte man hier eigentlich mal hinstellen. Finde ich. Ofen und Ofen. So. Lieber jetzt immer einen Stack Kohle da reinschmeißen, weil wir haben ja nicht genug Kohle. Haben wir wirklich nicht. Okay. Nahrung. Da kommen die Pilze rein. Dann haben wir hier Monster-Horstier-Drops. Aber ja, Eisenverarbeitung. Wo kommt der Kompass rein? Na gut. Stämme. Stämme. Jetzt kommt's. Bam, 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 bam. Stämme, Junge. Das, das, das. Das hier. Ach, Quatsch. Das so. Perfekt. So. Ich hole jetzt die letzte Fuhrer, aber vorher hole ich mir was zu essen, weil ich hab nämlich Hunger und ich hab's vergessen. Hast du noch einen Zaun zufällig dabei? Alles in der Holzverarbeitungstruhe, Junge. Ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie nicht so, was ich hier gebaut hab. Immer bis da meckern. Jetzt brauchen wir nicht mal schlafen gehen, jetzt ist es hell. Glück gehabt. Holzverarbeitungskiste. Muss ich mir erstmal hier zurechtfinden, da. Äh, und dann da. Kutsch. Die beiden können hier stehen bleiben. Ansonsten. Wobei. So. So, so, so. Lass das jetzt erstmal so. So ganz scheiße ist es nicht. Aber bestimmt noch mal verbessern. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja eine Idee. Wie man das vielleicht noch einen Tick schöner gestalten kann. Schreibt's mal in die Kommentare. Wäre ganz nett von euch. Das wäre es. Was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wie sieht denn das so aus? Toll. Wenn man hier drin ist, ist man gefangen. Das ist doof. Nee, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Mann, 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 Mann. Gar nicht so einfach. Machst du gerade? Ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, so lasse ich das jetzt erst mal. Das ist halt nur so ein kleines Lagerhaus, ne? Finde ich gar nicht schlecht, denke ich. Passt. Passt. Passt, Wacke in der Luft. Passt. Gut. Was kommt als nächstes? Lagerhaus steht. Du kannst mal hier unser Dings ein bisschen umdekorieren, finde ich. Was sind denn für ein Dings? Unser Strandhaus hier. Eine Piratenhülle. Ja, genau. Ich habe schon so ein bisschen angefangen, aber ich bin damit auch noch nicht so ganz zufrieden. Okay. Aber ich finde es schon mal gelungen. Ja, hat schon mal was. Ja, stimmt. So, mach mal weiter. Guck mal. Ach ja, unser schönes Lagerhaus. Das ist nicht so schön, wäre gesagt. Was findest du nicht so schön? Stein. Ach nein, 6, 7, 8. Was ich hier gemacht habe, das muss ich gleich noch ändern. Okay. Ja, man könnte hier natürlich in die Hütte auch noch irgendwie so etwas... Man könnte noch was dran bauen, aber ich finde von der Größte ist in Ordnung. Ich würde da nichts dran bauen. Ich würde da nichts dran bauen. Mach mal die Mauer hier auf der Seite vernünftig. Bam, Junge. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so, wie das ist. Ich würde da nichts dran bauen. Okay. Ich würde da nichts dran bauen. Ich würde da nichts dran bauen. Dann müssen wir langsam mal hier mehr Wald wegreißen wieder. Alter, werden die Bäume teilweise groß hier. Verzauberung. Perfekt. Habe ich noch eine Focke? Die kann ich einfach hier legen. Perfekt. So, ich bin auch erstmal zufrieden, denke ich. Wir haben jetzt alles von drüben raus. Ja. Alles schön im Lagerhaus ansortiert. Das Lagerhaus steht. Mit den restlichen... Dings, was machst du denn da? Achso. Verlegst du, so einen kleinen Stand hier hinzubauen. Ja, aber doch nicht so. Warte doch mal. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Und da... Und da... Vielen Dank.